Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Television Radio ist weltoffen, grell und bürgernah. Wir bringen dort Radio, wo es keiner vermutet, im Fernsehen. Und weil noch keiner davon weiß und es erst ab Februar 1986 richtig losgehen soll, kündigen wir jetzt schon an, was dann kommt. Susie's Television Radio Alle, die uns jetzt hören, sollen es weitersagen. Denn Susie's Television Radio macht keine Werbung. Ab Februar 1986 gibt es Susie's Television Radio. Schreibt uns Vorschläge und Ideen zum Programm. Jeder soll mitmachen. Schickt uns eure behämmertsten Texte. Schreibt uns, was für Musik ihr am liebsten hören würdet. Schickt uns eure Lieblingsgeräusche. Egal, was ihr uns schickt. Hauptsache, es regt die Leute auf. Susie's Television Radio bringt auch den letzten Dreck. Nur eines wird man nie bei Susie's Television Radio hören können. Gängige, bekannte Musikstücke, die sowieso in jeder Disco laufen und im normalen Radio von morgens bis abends ständig zu hören sind. Susie's Television Radio bringt das Außergewöhnliche. Schickt uns auch Bilder. Denn Susie's Television Radio macht auch Fernsehen. Susie's Television Radio bringt Musik, die garantiert keiner mag. Also, die härtesten, geschmacklosesten, grellsten, ätzendsten und natürlich die schlechtesten Songs, die je gemacht wurden. Susie's Television Radio bringt auch Songs, die gar nicht gemacht worden sind. Susie's Television Radio hat den schlechtesten Moderator, den man sich überhaupt vorstellen kann. Doch machen sie sich selbst ein Bild. Wer das nun folgende Titelstück von Susie's Television Radio erkennt, den erwartet im Februar 1986 eine Bombenüberraschung. Wir erwarten eure Post. Schreibt an Susie's Television Radio. Susie's Television Radio ist Dirtland. Susie's Television Radio kommt immer nach dem Programm der Telepfalz. Und nun viel Spaß beim Ratten. Susie? Yes. Susie Cream Cheese? Yes. This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Susie Cream Cheese. Honey, what's got into you? Mensch, we're this pozутствiary. eterrenega. Eh! 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 lyna! Eh! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, wow. Oh, crazy man! What's happening, man? Flashing! 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 Wow, man! Skies are blue! Oh, no! Yeah! Flashing! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Green cheese! Cream cheese, 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 cream Bishne... Did you pick up on that? Krippchen Talk So, wie gesagt, das letzte Stück, was gerade gespielt wurde, sollte erraten werden. Wer es weiß, schreibt an Susis Television Radio. Die Adresse sehen Sie im Bild. Zum Abschluss hören Sie den legendären Sänger Caruso, der schon zu Lebzeiten als der Mann mit der absolut miesesten Stimme, die die Welt je gehört hat, bezeichnet wurde. Dazu ausnahmsweise einige Bilder, die uns passend zu diesem Gejaule erschienen. Diese Sendung wird noch ein paar Mal wiederholt, deckt euch also mit Oropax ein. Vergelt's Gott! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Susie? Ja. Susie Cream Cheese? Ja. Susie's Television Radio. Ab Februar 1986 regelmäßig auf diesem Bildschirm und aus diesem Lautsprecher. Wiederholung dieser Erstsendung nach dem nächsten Telefals-Journal. Ah! Vielen Dank.